jedes mal als ich als ich dem psychiater mit meinem persönlichen vertrauens sicher dass einmal reden wollte beziehungsweise geredet habe darüber hatte das direkt wieder abgewunken jane kleinkram brauchen wir hier gar nicht erst zu bereden ich möchte das und das ansprechen bärchen aber ich wollte die ganze zeit nicht unterbrechen soll ich mit dir ich habe dich mit absicht ausgesprechen lassen also alles gut ja aber ich habe so lange geredet ja alles gut also ich bin echt ich bin aktuell gerade echt happy mit dir muss ich ehrlich sagen ja einfach danke dass du jetzt da bist und ich kann halt einfach nicht anders ausdrücken kühe sind melkbereit wo ich eine ehre das wird mir angezeigt ja das klingt wirklich nach einer persönlichkeitsstörung hast du schon mal einen online selbst erst gemacht hier ist ja keine richtige diagnose aber es kann schon mal helfen selbst test an sich habe ich tatsächlich bisher noch nicht gemacht was ich bisher gemacht habe war mir ein paar sachen durchzulesen also ich kann ja mittlerweile durch arbeitsamt und jobcenter habe ich ja gelernt eigentlich recht gut selbst reflektieren mittlerweile wenn es auch oft zu spät ist mit dem selbst reflektieren dass ich dann erst zu spät merke dass irgendwie dass ich da gerade irgendwie was falsch gemacht habe etc habe ich dann tatsächlich auch festgestellt dass mindestens eine von diesen ganzen persönlichkeitsstörungen die bei borderline angegeben sind darf da fassen tatsächlich alle punkte zu 100 prozent auf mich zu und alle anderen punkte mindestens zu 50 bis 60 70 prozent habe ich festgestellt also er muss was in der richtung sein aber ich wahrheit in der falschen klinik dafür jetzt bin ich am überlegen wir haben in alfred auch noch eine klinik die soll viel besser sein ob ich das da noch mal versuche das problem ist ich habe gestern post erhalten von meiner krankenkasse die wollen jetzt jetzt drei monate später 280 euro für die behandlung haben ich soll den inner ist sollte innerhalb von 21 tagen überweisen das problem ist dass mit heute erstmal mein arbeitsgeld wieder gestrichen ist bis ich das beim arbeitsamt geregelt habe dass ich da die sachen abgebe und bis das arbeitsgeld dann wieder fließt das arbeitslosengeld haben wir wahrscheinlich wieder nächsten monat dann ist das mit der krankenkasse auch schon wieder rum wie soll ich das machen dann muss ich auch meine sparkonten schon wieder zurückgreifen ich werde ich werde nie geld ansparen können zum glück habe ich noch 80 euro als gutschein geld auf amazon ich wollte mir noch eine via brille holen und wollte mir noch eine extra festplatte holen damit ich die ganzen aufnahmen die ich hier ja nebenbei mache ich die meines teams allerdings auch mit auf für youtube dass ich die dann tatsächlich auf einer ex extra festplatte komplett draufladen kann ich habe gestern tatsächlich meine eine festplatte folge hauen mit den ganzen streams also mit den ganzen aufnahmen ja das ist echt scheibe dass die in der klinik darauf nicht eingehen wollen wollten richtig wer arbeitet denn da an seinem motorrad rum sebastian oh hallo die mira gut okay wundert mich nicht dass es ist ja darum spielt rum bastelt was hast du noch nie was hast du noch nie am motorrad gesehen ich habe sie wohl bisher nicht gezeigt hast noch ein feuerquart ich habe über 30 juden ein feuerquart hatte ich aber auch schon mal in die andere aufgabe gemeindehaus abgegeben wenn du das meinst ja und ich wollte auch eigentlich jetzt mit der stahlachse in die mine die ich mich jetzt abgeholt habe um zu suchen erben zu schauen ob ich da noch eins finde also auch ein feuerquart zu suchen das ist alles im gange manchmal nach sonnenuntergang fahre ich für eine ganze weile raus aus dem sternen total nächstes vergleichbar mit diesem gefühl durch leere straßen in richtung des leuchtens der stadt zu düsen ah gott ich fange tatsächlich an ihn wieder richtig zu mögen das ist das ist schlecht danke dir das ehrt mich voll ich bin auch sehr glücklich mit dir und ich denke das wird mit der zeit noch besser das hoffe ich für euch beide er hat auch gesagt er würde es extra zu mir runter fahren also zu mir hier nach solingen ach das muss ich auch noch machen siehst du mal gut dass wir das verschoben haben das geld hätte ich jetzt nicht mehr gehabt also doch ich hab noch 50 euro glaube ich auf dem konto aber gut das hätte trotzdem nicht gereicht da brauche ich mir das ist um die 60 65 um die 60 ungefähr schreibt mir am besten noch mal das angewartet das bild müsste ja müsste ich ja noch haben wasser oder discord war das muss ich doch mal schauen wer welches datum ich daraus gesucht hatte dass ich dafür stand schon mal die karte hole das ist das geld auch schon wieder weg sobald ich genug gespart habe ziehe ich los in die stadt und noch weiter nur mein motor und ich er denkt nicht mehr an uns das wäre es das öl ist gewechselt er hat nicht mal eine sekunde an uns gedacht hey vielleicht nehme ich dich auch mal auf eine fahrt mit aber eben auch gesagt das klingt gut nein danke das klingt albern ich habe angst vor motorrädern also im echten nehmen habe ich ja eher angst vor motorrädern aber das gilt eigentlich für motorrädern autos lkws und so weiter alles was reifen hat ja gut nicht unbedingt nicht unbedingt alles wo kommst du denn her dass er von dem rollator angefahren wir es ich komme aus niedersachsen der punkt ist ich habe halt wirklich angst vor allem kraftfahrzeugen auf der straße kann man so sagen fahrrad ist okay züge ist okay flugzeug ist so eine sache schiffe sind auch noch okay aber das wahrscheinlich auch noch weil ich immer noch im kopf habe weil ich mir halt immer denke ich bin eine gute schwimmerin geht das schiff unter kann ich immer noch schwimmen das ist halt sowieso macht mir jetzt bitte auch bloß diesen gedanken nicht kaputt sonst traut mich nicht mehr aus schiff auf ein schiff wobei ich neuerdings eine sehkrankheit entwickelt habe ist mir aufgefallen ich kann auf dem schiff nicht mehr unter unter dach sein da wird mir schlecht okay ja ich brauche freien himmel wenn ich auf dem schiff bin oder auf dem boot beziehungsweise boot weiß ich nicht aber schiff auf jeden fall so also ich antworte mal sebastian mit das klingt gut dann gehe ich halt am nächsten dach in die mina ich die sequenz ist jetzt dauerweise dazwischen gekommen so großartig ich freue mich mega wenn du uns eigentlich jetzt mal die tage treffen können ich bin noch nie auf motorrad gefahren ok ja viel spaß oh hallo abigail am flote spielen ich kann sie nicht ansprechen wenn sie flote spielt alles klar legendären pupurfisch also wie gesagt prodi ich komme aus niedersachsen mehr möchte ich hier nicht preisgeben erstmal das problem ist halt dass die stadt in der ich bin noch nicht gerade großes ich dachte man könnte den die strahnschnecke ich glaube auch von dreistern um irgendwas daraus zu machen ich brauche noch einen riffbarsch hä? hm 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 ok das ist ein stein aber das schwert macht trotzdem mehr schaden auch nicht schlecht Mehr sage ich dir zunächst, Bärchen. Was? Du weißt genau, was ich damit sagen will. Gut. Ja, also ich bin im Moment sehr flexibel, also meinetwegen könnte ich schon morgen zu dir kommen, wenn dir das nicht zu schnell geht. Alles klar. Wie gesagt, wenn das bei mir Geld nicht passen würde, könnte ich auch sofort morgen bei dir sein. Theoretisch. Wenn du jetzt morgen arbeiten musst. Ja, wie gesagt, theoretisch. Umso schneller kann ich dich endlich sehen. Ich fühle dich endlich mal mit den Armen. Kommt sicher noch. Oh, wow, 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 wow. Das ist jetzt schlecht. Dafür bin ich jetzt nicht vorbereitet. Mine verlassen. Dafür war ich halt echt nicht vorbereitet. Ich habe gar nichts zum Essen mitgenommen. Das ist eh schon zu spät, also. Du hast nicht auf die rote Gefahr gefasst. Ich bin an zu spät, also habe ich mich nicht vorbereitet. Ah... Okay. Du eroberst immer mehr mein Herz, weißt du das? Das klingt wie ein schlechter Witz, weil wir uns nicht kennen, aber wenn du von mir aus der Nähe kommen würdest, hätte ich dich abgeholt und mit nach Solingen genommen. Alles klar. Ah, wieso gucke ich denn da nach den Blumen? Ich komme in die rein. Ach, ich gehe jetzt erstmal schlafen. Ich kann am nächsten Tag immer noch die Zwergen-Schriftrolle weglegen. Ich war heute noch nicht bei Elliot. Ich gehe jetzt.